Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Da ist das Ding, der Oblaco Flow ist bei mir im Studio angekommen. Dicker Kuss geht an der Stelle raus in den Alex von Shisha Dome, der hat mir den schnellstmöglich zugeschickt. Wir haben den Oblaco Flow in dem Video zu der Hooker Club Show zusammen gesehen. Auch im Livestream haben wir uns das Ganze nochmal angeguckt und viele haben sich dann gefragt, taugt das Ding, was ist das überhaupt, was macht das aus? Im Grunde ist das Prinzip relativ einfach vom Oblaco Flow und es ist sogar ein sehr altes Prinzip. Als ich damals angefangen habe mit Shisha rauchen, da hatte sich jeder einen Funnel gekauft. Da gab es noch gar keinen Kamin-Hype oder sowas. Es gab manche Leute, die haben Tonkopf mit Alu geraucht, andere Leute haben Sapphire Funnel mit Alufolie geraucht. Es gab aber damals keine Panzer-Alu und aus genau dem Grund wurden irgendwann Funnel-Mods erfunden. Das waren kleine Einlegesiebchen, die man sozusagen, na es waren keine Siebe, es waren kleine Einlegeplättchen, die man über das Funnelloch gelegt hat, sodass die Luft erst garantiert durch den Tabak gehen musste, von unten in den Funnel-Mod reingehen konnte und dann wieder ins Funnelloch reingegangen ist. Das hat man irgendwann nicht mehr gebraucht, weil es dann Kalouts gab und weil es Panzer-Alu gab, die man eh nicht an das Funnelloch angezogen hat. Also der Mod hat vor allem verhindert, dass man die Alufolie ans Funnelloch angezogen hat. Und das war irgendwann einfach nicht mehr nötig und deswegen hat jeder vergessen, was ein Mod eigentlich ist. Und gerade die Neueren im Shisha-Game oder nicht die sehr, sehr Alten im Shisha-Game, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was so ein Mod ist und dass das jemals existiert hat. Weil heute braucht man es eigentlich nicht mehr. Dachte ich, Oblaco sieht das anscheinend ein bisschen anders. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob der Oblaco-Flow besser funktioniert als ein normaler Oblaco, weil eigentlich hat das schon ziemlich hervorragend für mich funktioniert. Ich habe zwei da, wir werden beide bauen, weil ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich das Ganze bauen soll. Baue ich das jetzt wie ein Funnel mit Mod oder baue ich das mehr wie so eine Killer-Bowl und mache den Kopf fast komplett voll, weil die Form ist doch schon ein bisschen anders, als es bei einem Funnel mit Mod der Fall war. Ich würde sagen, wir bauen einfach beide Köpfe und probieren beide aus und gucken mal, was besser funktioniert. Alright, wir kommen mal zum Kopfbau. Wir werden zweimal den Oblaco-Flow bauen. Einmal in der Donut, ich baue wie eine Funnel-Variante und einmal in der, ich lasse einfach den Tabak reinfallen, locker, fluffig, überall hin. Und wir gucken mal, was passiert-Variante. Wir schnappen uns hier unseren Tabak und lassen dann auch einfach einmal locker, fluffig, überall den Tabak hinfallen. Ich habe auch mal auf YouTube geguckt, aber ich habe noch gar kein Video zum Oblaco-Flow gesehen. Ich hätte mich dann natürlich gerne informiert, wenn es da schon irgendwie was gegeben hätte, aber bis jetzt gibt es noch gar nichts auf YouTube. So beim ersten Mal, obwohl ich glaube, wenn wir auf dieses Funnel-Loch hier noch Tabak packen, ich glaube, das wird nichts, oder? Naja, wir gucken mal. Also, das war auf jeden Fall noch nicht genug Tabak. Ich hätte natürlich gerne ein schönes Noppen-Kontakt-Setup, so wie ich halt gerne rauche. Deswegen schnicken wir da einfach mal noch ein bisschen mehr Tabak rein hier und verteilen den auch nochmal mit. Aber das könnte jetzt schon fast hier Overpack-mäßig sein. Ist sehr schwer einzuschätzen, wie viel Tabak hier reingeht. Ich hätte es eigentlich auch nochmal messen müssen. Können wir mit dem zweiten Kopf gleich nochmal machen. Das war jetzt auf jeden Fall ein bisschen sehr viel. Also da können wir gleich nochmal hinten ein bisschen raus. Ich verteile das einfach mal so, dass es mir gefällt. Ich baue knapp über den Rand. Und bei dem anderen würde ich sagen, also ich glaube, den kompletten Kopf voll machen macht keinen Sinn. Dann machen wir es so, wir bauen den hier jetzt in dem schönen Overpack weiter. Wir sehen ja schon, das geht gut über den Rand. Und den nächsten bauen wir dann so, dass er auf leichten Noppen-Kontakt läuft. Weil ob hier jetzt noch Durchzug ist, man sieht leider auch einfach nicht, wo diese Löcher liegen. Das hat mich mega getriggert. Ich habe direkt geguckt in dieses Loch, ob man da irgendwie sieht, wie die Löcher liegen. Ob das ein großes ist unter diesem roten Mittelding hier oder ob das mehrere kleine sind. Man sieht es einfach nicht. Und das hat mich getriggert. Ich dachte, ich weiß jetzt endlich wieder, ob Larko-Flo funktioniert. Aber ich kann es euch immer noch nicht sagen. So, ich würde sagen, den ersten lassen wir schon so. Ich mache gleich noch den Rand sauber. Aber das war es. Und den nächsten versuchen wir mal noch viel fluffiger zu bauen. und vielleicht nicht ganz so viel Tabak reinzuklatschen. Wieder locker fluffig Tabak hier rein in die Hütte. Das habe ich wieder vergessen zu messen. So, ich habe noch eine Waage geholt. Ich wiege das gerade mal hier nebenbei. So, sie ist auf 0. Der Kopf wiegt 188 Gramm. So, dann bauen wir mal locker fluffig. Aber ich glaube, da wird schon einiges an Tabak reingehen, wenn ich mir hier so das Depot angucke. Den versuchen wir einfach mal ein bisschen sparsamer zu bauen. Bei dem einen sind wir all-in gegangen und den versuchen wir jetzt einfach mal ein bisschen sparsamer. Ein bisschen fluffiger, ein bisschen mehr am Rand. So, ja, einmal die Sparpackung und einmal die Let's Fucking Go Packung. So, locker fluffig, knapp unter den Rand gebaut hier. Und ein bisschen Tabak brauchen wir noch hier vorne. Nicht zu viel nehmen. Soll ja ein angenehmer, sparsamer Kopf sein. So, aber ein ganz kleines bisschen brauche ich dann noch. Es sieht schon sehr, sehr verrückt aus, oder? Mit diesem Ding da in der Mitte. So, ich würde sagen, ich hau die Kohle an. Und dann sehen wir uns, wenn die zwei Dinger hier laufen. Aber, eine Sache noch. 188 Gramm hat er gewogen. Und jetzt wiegt er, Brommelwirbel, 209. Also haben wir 21 Gramm drin. Oha, will ich gar nicht wissen, was in dem anderen dann drin ist. Leute, zwischendrin, kurzer Aufruf. Nur die Hälfte der Leute lässt auch ein Abo da bei den Videos. Also wenn euch die Videos gefallen oder irgendwie helfen konnten, wäre es mega nicer Support, wenn ihr noch ein Abo da lassen würdet. So, die Kohle ist gut. Und das heißt, wir packen die auch direkt mal hier in den Kalout. So, zwei rein. Ein auf Tipp. Und dann sind wir mal gespannt, was der Oblaco Flow so kann. Vorher noch kurzes Setup. Mose Breeze 2. Wavy Blue mit der Deep Cut Blue Exclusive Bowl von Mose. Sehr leckere Kombi, wie ich finde. Ich habe gerade den Kopfentlüftungs-Style gewählt. Also die Kohle liegt drauf. Wir warten noch ein paar Minuten, bevor wir unseren ersten Zug nehmen. Ich bin vor allem erstmal gespannt, wie der Durchzug sein wird, weil man sieht wirklich gar keine Löcher. Also wenn man versucht, unter dieses rote Ding zu gucken, man sieht keine Löcher. Da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht noch irgendwie innen sind und nochmal rumgehen. Keine Ahnung. Auch wenn man von unten durchguckt, man sieht nicht, wo die Löcher sitzen. Also man müsste vermutlich einen kaputt machen, um zu sehen, wo die sind. So, ich höre, das Köpfchen ist langsam am knistern. Wir nehmen mal den ersten Zug. Das wäre aber sehr schnell. Durchzug ist erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Ich hätte gedacht, das wäre viel, viel schlimmer. Aber da kommt noch nicht wirklich viel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch eine Sekunde warten. Ich hatte es euch ja schon erzählt mit der Geschichte von den Funnel-Mods. Jetzt kommt das Ganze wieder in dem Oblarko-Flow. Ob wir das Ganze brauchen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur eine nette Kleinigkeit. Vielleicht bringt es auch auf Dauer irgendwelche Vorteile mit sich. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie unser zweites Köpfchen vom Durchzug her sein wird. Den ersten haben wir ja sehr, sehr fluffig gebaut. Der ist wunderbar vom Durchzug. Ob der zweite genauso gut ist, das wage ich zu bezweifeln. Höher gebaut, mehr Kontakt zur Smokebox, mehr gepresste Tablet-Blättchen. Da wird der Durchzug bestimmt ein bisschen leiden. Die Frage ist, wie sehr wird er leiden? Noch die Frage der Verfügbarkeit und des Preises. Es gab jetzt wohl ein paar bei Shisha Dome für 29,90 Euro. Die waren aber auch sehr, sehr schnell. A.k.a. gestern Abend schon wieder ausverkauft. Wann die Dinger in was für einer Stückzahl kommen und wie viel die dann kosten, kann ich euch alles noch gar nicht sagen. Das ist derzeit noch unbekannt. A.k.a. dauert auf jeden Fall nicht lange, bis er angeraucht ist. Es kommt schon langsam. Falls ihr euch fragt, was ich rauche, ich habe einen klassischen Grape 2 angemacht von Holster. Aber Durchzug bis jetzt echt wunderbar. Sehr erstaunlich. Also dadurch, dass der Rauch definitiv einen schwereren Weg hat, den er gehen muss, oder die Luft, die dann zu Dampf wird, wie auch immer. Der Weg, den die Luft gehen muss, der ist ja schwerer als vorher. Vorher ging das so semi über den Tabak und vielleicht ein bisschen durch den Tabak und dann zack ins Pfannelloch. Und jetzt muss das Ding erstmal runter, dann irgendwie zur Seite unter dieses Hütchen und dann weiter runter in den Kopf. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nochmal unter dem Hütchen hoch muss und dann wieder in ein Pfannelloch rein oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Durchzug ist gut. Zumindest bei dem Fluffiggebauten. Das Ding ist halt, was erhofft man sich denn von dem Oblacoflow? An sich eben, dass die Luft mehr durch den Tabak gehen muss, mehr Molasse verdampfen kann, mehr mitgenommen wird und somit eben auch mehr Rauch und mehr Geschmack rauskommt. Wir reden da aber von einem relativ kleinen prozentualen Anteil. Also es wird keine Revolution sein. Nichtsdestotrotz ist der Oblacoflow, was den Kopfmarkt angeht, schon eine kleine Revolution, weil es halt mal wieder was komplett anderes ist, als das, was wir so die letzten Jahre gesehen haben. Und das finde ich sehr, sehr cool und aus dem Grund wollte ich den Oblacoflow auch schnellstmöglich testen. Außerdem habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich Oblacos ganz gerne mag. Irgendwie wackelt der Kalaut da ganz schön drauf rum, habe ich gerade gemerkt. Also der sitzt da nicht wirklich gut drauf. Ich weiß nicht, ob der Flow einfach ein bisschen schief ist. Wir können ja mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu drehen. Ne, aber der ist oben auf jeden Fall ein bisschen schief. Das habe ich so noch gar nicht gesehen bei Oblaco. Wir hatten es schon häufiger, dass die Smokebox nicht perfekt draufpasst und so ein Rand rausguckt. Aber dass er eigentlich draufpasst, dann aber oben der Kopf schief ist und deswegen der Kalaut rumwackelt, das hatten wir noch nicht. Auch mal ganz witzig. Also Rauchentwicklung, schön intensiv. Geschmacksentwicklung ist auch auf jeden Fall da. Schmeckt super das Köpfchen. Genauso wie man das haben will. Aber Real Talk hätte ich jetzt einen normalen Oblaco nebendran. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas rausschmecken könnte oder das merken würde, welcher da welcher Kopf ist. Übrigens, wo wir gerade noch bei normalen Oblacos sind. Die typische Form von Oblaco, die wir ja schon kennen und mit diesem kleinen Böppel, die ist weg. Also ihr seht, der ist jetzt unten relativ gerade. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weniger schön als unsere klassische Oblaco-Form, die wir vorher hatten. Also Rauchentwicklung, Geschmacksentwicklung, wunderbar. Ich würde sagen, wir packen mal unser Overpack-Setup drauf. Das ist ja eine Klapperparty, wenn man den hier abnimmt. Und auch der wackelt gut oben drauf rum. Obwohl der natürlich noch im Tabak sitzt, das merkt man. So, auch auf den Kopf packen wir wieder erstmal zweieinhalb Kohlen zum Anrauchen. Und da können wir mal die Kohle rausnehmen. So, jetzt bin ich gespannt, wie der Durchzug hier von unserem nächsten Köpfchen ist. Ihr seht auch den Oblaco da drüben noch fleißig qualmen. So, das wird jetzt wahrscheinlich wieder zwei, drei Minuten dauern, bis der auch auf Temperatur ist. Die warten wir einfach mal kurz ab. So, ich habe zwei, drei Minuten gewartet. Jetzt nehmen wir mal den ersten Zug. Wir sehen schon leichten Dampf über dem Kopf rauskommen. Auf der Kamera seht ihr es leider nicht, aber ich sehe es bei mir. Da kommt schon ein bisschen Dampf raus. Ich bin gespannt, was der erste Zug sagt. Krass. Also so viel Durchzug hätte ich bei einem Overpack-Kopf nicht erwartet. Der hat sich mittlerweile natürlich ein bisschen abgesenkt. Wenn dann die Smokebox mit der Kohle draufliegt, senkt sich das Ganze nochmal ein bisschen ab. Aber trotzdem, ihr habt es gesehen, das war schon ganz gut über den Rand rausgebaut. Und normal hätte ich da nicht so viel Durchzug wie mit dem Oblaco Flow. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass der Durchzug im Oblaco Flow schlechter sein wird als in normalen Köpfen. Overpack-mäßig merken wir auf jeden Fall direkt, das kickt deutlich mehr. Also das Gefühl in der Lunge, die Intensität im Mund und auch wie krass die Minze kickt, ist so auf jeden Fall nochmal deutlich heftiger. Aber so mag ich das auch. Rauchentwicklung würde ich sagen. Noch ein kleines bisschen mehr als bei dem Noppenkontakt, war aber auch zu warten. Keine Revolution, aber ich glaube schon nochmal ein kleines bisschen mehr. So, auch da können wir nach dem Anrauchen jetzt die dritte Kohle runternehmen. Können wir mal gucken, wie viel da jetzt mittlerweile schon an der Smokebox hängt. Aber ich denke einiges. Ah, es geht. Es geht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es mehr ist. Vielleicht könnte man sogar noch ein bisschen krasser Overpack gehen mit dem Oblaco Flow. Also auch mit dem Overpack-Setup. Rauchentwicklung top, Geschmacksentwicklung top. Und auch der Durchzug nach wie vor sehr, sehr gut. Also ich würde sogar sagen, vergleichbar mit dem Oblaco L. Der hat ja ein deutlich größeres Funnel-Loch als der Oblaco M. Und trotz, dass die Luft nach unten muss in dem Kopf. Wunderbar. Also sehr erstaunlich. Durchzug ist geil. Geschmack und Rauch ist auch wunderbar. Leute, ich glaube, das reicht für den Ersteindruck. Heute Abend im Stream. Übrigens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag gibt es immer die Streams. Werden wir das Ding noch ein bisschen weiter testen. Also falls ihr Bock habt, schaut gerne heute Abend oder an einem anderen Tag mal in dem Stream vorbei. Ansonsten soll es das für das Review gewesen sein. Dann lasst mir eure Kommentare gerne unten da. Lasst mich wissen, was ihr vom Oblaco Flow haltet. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.